Herzlich Willkommen in Istanbul, in Turkey. Herzlich Willkommen zu meinem Video Kanal Marjorie Kudüs. Marjorie Kudüs Kanada. Herzlich Willkommen. Heute ist der 21. September 2024. Ich will euch heute eine sehr schöne Kaffee vorstellen, das sich in Berchtas öffnet. Und sie können hier essen und trinken. Die Preise sind sehr sehr günstig. Und heute regnet es zufälligerweise. Lange Zeit hat es nicht geregnet in der Türkei. Das ist ein sehr schöner Ort mit Blick auf Bosporus. Und der Tee kostet nur 50 Cent. Und der Tee kostet. Lange Zeit das, die Kaffee oder die Kaffee handeln. Verspricht! Nöbennig noch, wenn Там ganz schön knackigrisen und gerätig. Nach, jetzt in der Tee, da im Bosporus. Und in der Tee, in der Tee, in der Tee, da bleiben. Wie geht es damit um Ange-Tee? So, es gibt verschiedene Korten, Kuchen, Gericht, Soubri und so weiter. Es regnet in Stürmenhaut in Istanbul. Besiktas ist eines der schönsten Stadtteile der Türkei. Das ist die Posporusbrücke. Hier sind insgesamt drei Brücken überspannen Posporus. Istanbul ist die einzige Stadt der Erde, die zwei Kontinente miteinander verbindet. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist das Bekante Kızkulesi, die Asiatische Seite von Istanbul. Das ist die Bedeutung des ZDF, 2020 itts ZDF, 2020 Vielen Dank.